Das Geheimnis des Stichtags 1.9.2022 mit der Energiepreispauschale. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte bis zum 31.03.2022 oder bis zum 30.06.2022 ein festes Arbeitsverhältnis. Dieses ist beendet. Ich beziehe keine Sozialleistung, sondern lebe vom Ersparten. Ich habe gelesen, dass es Voraussetzung für die Zahlung der Energiepreispauschale sein soll, dass ich am 1.9.2022 ein Arbeitsverhältnis oder Dienstverhältnis haben muss oder genau an diesem Tag selbstständig tätig sein muss. Stimmt das? Nein. Der 1.9.2022 markiert nur den Tag, an dem der Anspruch auf die Energiepreispauschale am 1.9.2022 gesetzlich entsteht. Der 1.9.2022 markiert aber nicht den Tag oder einen Stichtag, an dem die Anspruchsvoraussetzungen für die Energiepreispauschale genau an diesem Tag vorliegen müssen. Anspruch auf die Zahlung der bis zu 300 Euro Energiepreispauschale hat, wer an irgendeinem Tag im Jahr 2022 einen lohnsteuerpflichtigen Job, einen Minijob oder einer gesetzlich festgelegten selbstständigen Tätigkeit nachgegangen ist. Dies kann am 31.03.2022 oder 30.06.2022 oder 1.11. oder sogar am 31.12.2022 der Fall sein oder gewesen sein. Es muss nur im Jahr 2022 diese entsprechende Tätigkeit oder lohnsteuerpflichtige Tätigkeit nachgewiesen sein. Der Stichtag 1.9.2022 ist für viele Millionen Arbeitnehmer von entscheidender Bedeutung. Denn wenn genau an diesem Tag ein aktives Dienstverhältnis mit einem Arbeitgeber vorliegt und auch besteht, erfolgt die Auszahlung der Energiepreispauschale durch den Arbeitgeber. Liegt ein solches aktives Dienstverhältnis genau an diesem Tag nicht vor, gibt es die Auszahlung durch das Finanzamt. Insoweit kann auch ein gesetzlicher Rentner, der vor dem 1.09.2022 und vor Rentenbeginn im Jahr 2022 noch einen lohnsteuerpflichtigen Job hatte, auch diese 300 Euro Energiepreispauschale beim Finanzamt sich abholen oder in der Steuererklärung dann im Jahr 2023 geltend machen. Damit ist klar, dass alle diejenigen, die im Jahr 2022 die Anspruchsvoraussetzungen für die Energiepreispauschale erfüllen, nicht nur direkt am 1.09.2022 dann einen Zahlungsanspruch haben, der sich gegen das Finanzamt vielleicht richtet oder auch gegen den Arbeitgeber, sondern entsprechend hier an einem Tag im Jahr 2022 den entsprechenden Nachweis erbringen muss. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.